Wir sind hier auf dem flachen Land im Weinkeller von Yves und finden hier die schönsten Schätze aus französischem Weinkeller. Und die besonderen Feinheiten hat er in den Kisten versteckt. Das ist ein Wunscherz. Cote Roti, Landon 2005. Das ist der große Wunscher Gigaal. Das ist die Wunscherz. Das ist die Wunscherz der Mission Brion. Das sollte normalerweise sehr gut sein. Das sollte sich sehr gut sein. Das ist die Wunscherz. Wir trinken heute Abend einen Haute Brion von 2005. Eine schöne Flasche Magnum vor uns. Und die wird ganz fantastisch sein.